Eine kurze Zusammenfassung, was so passiert ist. Wir haben ein bisschen was aufs Spawn gebaute. Neue Leute wie Onirus und Lala Flussler auf den Server gejoint. Ich und Lolol haben ein Apartment unter der Erde gebaut. Die Stadt ist durch die neuen Leute größer geworden. Und auch Lala Flussler, ja, besser. Ach ja, und Onirus hat sich gedacht, OMG, ich hab die beste Idee, lass mir eine Bürgermeisterwahl einfach so machen. Und das war's. Weiter geht's mit dem Video. Habt ihr schon abonniert? Hallo Leute, willkommen zu heute in der neuen Video. Ich hab's was vergessen. Die Bürgermeisterwahl. Ich hab's redet grad hier im Discord. Ich hab' ne Rede schon. Ich hab' ja auch keine Hilfe. Ich hab' ja auch schon 10 Minuten machen muss. Ach, mein Haus ist ja auch schon weg, stimmt's hab' ich komm' nicht vergessen. Warum wir nicht irgendein Platz, wo man redet? Haben wir schon. Wir können ja auch die Richtung. Hier. Das ist krass. Das ist ultra krass. Hier unten ist sogar, guck, hier unten ist Wahlzettel und so. Hä? Wahlzettel? Wahlzettel hier reinlegen. Was? Äh, also hier nimmt man die und dann tut man die da rein. Du willst auch antreten als Bürgermeister. Was soll ich antreten als Bürgermeister? Okay, gut, dass du's nicht machst. Ich bin der Baumeister. Der Baumeister. Ich frag mal ohne Russ. Werde Jesus aus Nazareth wählen? Es tritt kein Jesus aus Nazareth an. Es tritt kein Jesus aus Nazareth an als Bürgermeister. Doch, es tritt kein Jesus aus Nazareth an. Nein, tut's nicht. Du willst mich, du. Easy Tobias joint the game. Wo ist der einfache Tobias? Du bist zur perfekten Zeit gekommen. Wir wählen gleich. Was ist ein Zufall? Oh mein Gott, ich werde abgeschossen. Wer schießt hier rum? Lolol? Lolol? Hör auf damit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Um drei Uhr nachts. Um drei Uhr nachts. Oh, SLSP Folge 13 bis 18. Lost Gangos. Pew V Gangos. Oh mein Gott. Versuchter Mord. Cian brennt das Dorf ab. Wer stellt sich überhaupt auf, gewählt zu werden? Ich. Ihr Namen zieht mich nicht. Wie sieht Tobias? Der so viel macht. Wo ist der andere? Wo stellt sich auf? Was labert hier? Wenn du ich mich aufstelle, dann können wir ja gleich beenden und mich will. Nein, ich stelle mich auf. Ich hab noch gewonnen, dass ich aufstelle. Nein, hast du nicht. Wer? Der hier. Ah, ja. Ah, endlich. Cian. Ich schicke dir jetzt einfach diese komische Antizie von Bürgermeister Harry Merkel. Von Frau Merkel? Kann ich mit leben. Hinsetzen wir noch. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu der ersten Ancient S&P Bürgermeisterwahl. Zu wählen sind Herr Inamzi, Cian und ich selbst. Hier vorne in dem Barrel könnt ihr Bücher finden. Die könnt ihr euch gleich nehmen, nachdem wir alle unsere Wahlreden gehalten haben. Wenn die anderen welche haben. Ja. Ich hab mit guter Rede. Warte, ich mach Worte, Emelie. Warum ist der Weg so lange? Ich weiß. Warum ist der Weg so lange? Sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich ein paar wenige Personengruppen direkt... Ah, ich brauch die Merkel-Rede nicht. Da stört uns alle Neuland. Sehr geehrte Mitglieder der Stadt, ich freue mich, dass ihr euch zur Zeit... ...zu dieser Bürgermeisterwahl versammelt habt. Ich will nicht so lange um den heißen Pfeil brechen reden. Ich kandidiere als Bürgermeister, weil ich diese Stadt verbessern möchte. Damit hier jeder... Ach, Gangkos. Damit jeder wirklich und in Frieden leben kann. Hashtag Gangkos. Sag mal einen Spruch. Alte Leiter, alte Frauen oder so. Am Ende der Rede musst du Gangkos ist das. Achso, das soll ich nicht vorlesen. Scheiße. Ich kann die Stadt besser leiten als Onirus. Das ist eine Lüge. Das ist keine... Ihr bekommt alle kostenlos Pizza, wenn ihr mich wählt. Oh, okay. Nancy, sag das bei uns, dass ich mir einfach nur gut zähle, wenn ich... Hey, lauter Gangkos, ich höre ihn nicht. Hast du Gangkos angerufen? Nein, sowas würde ich doch nicht wahrnehmen. Jeder, der mich wählt, bekommt auch die Eismaschine. Die Eismaschine? Weißt du, wie wertvoll die ist? Ja, ja. Jeder, der mich wählt, bekommt auch die Eismaschine benutzen. Von McDonalds. Oh, Alter. Wir treffen die nicht. Nein. Okay, dann haben wir einen Gewinner für die Bürgermeister, weil... Also, ich habe mich hier aufgestellt, weil ich diese Stadt verbessern möchte. Cian, mir gefällt nicht deine Schreie, die einem Kult ähneln. Oh, die Andi war... Cian ist einfach komisch. Das wissen wir aber auch alle. Ja. Ja. Aber Cian ist trotzdem Teil dieser Stadt. Nee. Also, ja. Er ist trotzdem ein Teil dieser Gemeinde, die wir aufgebaut haben. Warum brennt es da hinterm Baum? Warum brennt es denn? Ich finde, das Wichtigste ist, dass wir uns alle akzeptieren. Dass wir alle miteinander in Ruhe und Frieden leben können. Ich möchte... Cian, hör auf mir, ohne an die Macht zuzuflüstern. Ich glaube, das ist das, was am wichtigsten für diese Stadt ist. Doch, komm, leck mich. Zum Schlusswort. Ich möchte diese Stadt zu einem Utopia verwandeln. Zu einem Garten Edens. Dankeschön. Ich habe mich nur aus der Existenz geschlagen. So, jetzt wählen. Ja. Fisches Buch. Erlebt es, oder was? Hast ihr alle die Wahlzettel reingelegt? Ja. Sehr schön. Könnt ihr euch bitte alle runter... Hallo, warte, warte. Ich muss kurz sagen, Gangkus ist quasi hier und hat mich gewählt. Ja. Ich habe jetzt hier all die Stimmzettel. Als erstes haben wir eine Stimme für mich. Dann haben wir eine Stimme für Cian. Hö, wer hat denn für den gewählt? Gangkus war hier und eine für Namzi. Noch eine für Namzi. Namzi führt mit zwei. Ich bin jetzt auch auf zwei. Ich wähle deine Mutter. Hahaha, Spaß ohne Lust. Ich glaube, das ist eine Stimme für mich. Drei. Geh auf einen. Es sind nur 50 Seiten da drin. Hat keine Lust mehr Namzi. So, sehr schön. Das bedeutet, dass ich und Namzi beide drei Punkte haben. Ich habe noch einen elf Seiten langen PDF-Text, den ich lesen kann. Nein. Ein Punkt für mich. Ein Punkt für Namzi. Ach du Huren. Eine Stimme für mich. Nochmal bis... Och, leck mich. Und eine für Namzi. Ja, habe gewonnen, würde ich sagen. Wir haben beide zwei Punkte. Ich würde sagen, dass wir beide Bürger... Nein. Das weiß doch jeder, dass es Magi Cooper heißt. Spaß. Ah, ja, jetzt haben wir es ja. Jetzt haben wir es, Alter. Komm, jetzt ist er da. Jetzt entspricht es deinen Regeln. Ja, dann hat Namzi gewonnen. Oh ja. Ja. Ich bin's, Cem. Ah, ist das laut. Au. Sicher, dass du Bürgermeister sein willst? Fins. So. Jetzt werden alle fast kla... Hilfe, mein Spiel ist verbuggt. Ich slinker, wo ich nicht slinken will. Ich suche... Ich suche... Dankos, das ist wie so ein alter Ver... Alter Mann, ich weiß, wo er ist. Du bist meine Brille. Es ist wirklich... Unterstrich. Hilfe, ich bin alt und zerbrechlich. Oh, wir sind nicht. Ich bin 66. Wir sind nicht. Ich lauf aus der Ränder Distanz raus. Irgendwie ist Schwindel nicht geworden. Ich bin nicht. Irgendwie ist Schwindel nicht geworden. Ich auch. Ich kann die Schübe. Wir müssen wieder aus deiner Render-Dissens raus, sonst schießen wir uns ab. Wo ist er hinten da? Warte, aus deiner Render-Dissens. Er denkt über sein Leben. 66. 66. 66. 66. 66. 66. 66. 66. Lauf aus deiner Render-Dissens raus. Lauf aus deiner Render-Dissens raus. Lass es oder sag. Watzin bringt Sense aus deiner Render-Dissens raus. Ich kann nicht so schlafen. Geh weg! Er hat sich weg. Geh peh, weil er seine Chance noch laden muss. Wir haben Zeit! Oh nein, er greift dich an! Oh nein! dass ich ganz langsam nach hinten weg gehen ich bin frei kann jetzt schneller sein minecraft aber gang ist 66 könnt ihr ein altersheim bauen oder so das ist nicht mehr ziehen das ist nichts hier und aus das haus von fufi hast nicht so schnell laufen das kannst du nicht das kannst du in character nicht mehr auch nicht ich weiß nicht wenn ich ganz kurz jeweils treffe krieg ich einfach einen geballert wenn du ganz kurz siehst du ihn nicht weil er so klein ist ich weiß nicht so schnell raus ich weiß nicht mehr